Ein Angriff auf die Pressefreiheit. Nach dem Festsetzen des Ehemanns von Guardian-Journalist Glenn Greenwald jetzt auch noch das. Um die Berichterstattung aus dem Snowden-Archiv zu beenden, hat der britische Geheimdienst die Redaktion der Zeitung The Guardian gezwungen, Festplatten zu zerstören. Dazu Nico Kern, europapolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Landtag NRW. Das ist der nächste Schritt hin zu einem Unrechtsstaat. Als sei die Überwachung unschuldiger Menschen und die Einschüchterung von Journalisten nicht genug, lässt der britische Geheimdienst jetzt auch noch einfach Beweismaterial verschwinden. Wenn die Geheimdienste in Großbritannien und den USA wirklich so harmlos wären, wie uns Kanzleramtsminister Pofalla und Konsorten weismachen wollen, wozu soll diese Aktion dann gut gewesen sein? Die einzige sinnvolle Erklärung ist, dass es noch weit mehr Erschreckendes über die Machenschaften der Geheimdienste zu berichten gibt, als bisher geschehen. Die Aktion des GCHQ ist ein Anschlag auf die Pressefreiheit, auf einen Grundpfeiler unserer Demokratie. Der britische Geheimdienst setzt rechtsstaatliche Prinzipien außer Kraft. Dieser bedrohlichen Abkehr vom Rechtsstaat hin zu einem Unterdrückungsregime müssen wir entschieden entgegentreten. Statt imaginäre Terroranschläge zu verhindern, sollten unsere Regierungen reale Anschläge auf Pressefreiheit und Rechtsstaat unterlassen. Hier ist auch die Europäische Union gefragt. Wir haben zum Thema Prism, Tempora und Überwachung verschiedene Anträge und Initiativen gestartet. Ihr findet diese in der Videobeschreibung verlinkt oder auf unserer Website www.piratenfraktion-nrw.de.